also noch mal zurück weiß man eigentlich selber machen könnte könnten uns hier pflaster stein machen drei stück jetzt bei braucht es sogar nur offen stecken mit staunt raus wird uns jetzt druckplatte da vorlegen mit wir die tür hinter uns dazu machen müssen ich mache die lieber aus stein weil die besser gepasst holz kann man ja auch hin machen allerdings wird die tür dann erstens auch durch rausfallende items aktiviert und zweitens passt hier das stein besser so derzeit können wir uns mal hier so dann können wir eigentlich demnächst müssen jetzt eigentlich nur noch hier das dach fertig machen dann kann man eigentlich merkt man immer noch in die wüste und holen noch sand da kann man hier einziehen so wie lange niemals eigentlich schon auf wir nehmen eine stunde auf gut mache ich noch eine halbe stunde vielleicht auch noch eine ganze stunde sehen fertig wir können uns jetzt gleich ja und hier davor legen funktioniert perfekt gut moment ich werde mal kurz was ich machen wollte ach schon in die wüste gehen ja ich bin ein wenig vergesslich wir können uns einmal noch mehr mitnehmen haben wir uns noch mehr gemacht ach nee das haben wir für die pflanzen draußen verwendet dann nehmen wir uns noch noch mit den pilz weil die kopfhörer drücken kann irgendwie bis auf meine ohren ja ich muss doch jetzt erstmal aufnahmepause machen weil ich erstmal was zu tun habe ich mache dann bis später dann ja bis später eben so willkommen bei einer weiteren folge let's play minecraft und ja eigentlich wollte ich ja gestern noch weiter aufnehmen also seit der letzten aufnahme ist jetzt schon wieder ein tag vergangen aber gestern ist dann doch noch so viel ähm arbeit also muss ich dann doch doch noch so viel machen dass ich dann nicht mehr dazu gekommen bin also als ich dann fertig war habe ich mir gedacht nee jetzt lohnt sich das nicht mehr mal neu zu machen und deswegen ja ähm was wollte man gestern machen wir wollten in Richtung ähm ähm links gehen in Richtung ähm Wüste und uns ein wenig Sand holen gut ähm was nehmen wir mit wir nehmen ein bisschen Holz mit Crafting Crafting-Kiste oder das was wir das hier brauchen wir eigentlich nicht das hier auch nicht unbedingt ach doch für ähm Schaufeln und dann machen wir uns jetzt erstmal eine Schaufel wo haben wir eigentlich das Eisenschwert her haben wir haben wir uns das gecraftet ja stimmt jetzt haben wir uns gecraftet ja gut ähm noch schnell machen wir mal zwei Schaufeln dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit und jetzt können wir eigentlich uns auf in Richtung Wüste machen mit der Hoffnung dass wir uns nicht so schnell verlaufen ok ok jetzt ist Mittag da haben wir noch ein bisschen Zeit dann Aufi schon ein ganz schönes Labyrinth hier an Bäumen aber egal so also wie schon gesagt äh es ist jetzt wieder ein Tag vergangen deswegen muss ich jetzt auch erstmal wieder überlegen wie schon gesagt weil ich zu viele weil ich dann noch ein bisschen mehr zu tun hatte als ich dachte und da ist dann doch nicht mehr gestern zu einer Folge gekommen deswegen nehme ich heute auf aber ihr werdet es wahrscheinlich noch in der gleichen Folge sehen also den Anfang von der Folge je nachdem ähm ja da hinten ist ja genau dann ist Schnee und dahinter müsste dann Sand kommen und wie ihr sicherlich hört immer noch nicht mit Playlist weil ich im Moment erst 5 Liter habe und das würde nicht lange reichen also auch nicht gerade sehr lange Liter so eine relativ kurze und deswegen diesmal vielleicht diesmal noch ohne Playlist das nächste Mal hoffentlich mit aber wahrscheinlich auch nicht je nachdem mal sehen und jetzt haben wir hier auch schon die Wüste erreicht auch mal ein bisschen ab mir ein Pilz dabei ja gut ich auch mal wieder machen müsste zu gucken wir haben jetzt nicht mehr gemacht das dürfte jetzt inzwischen eigentlich fertig sein so das war Schaufel Nummer 1 nochmal sehen wie weit wir mit 2 so komm kann man die Teile hier eigentlich abbauen ne schade naja dann nicht so ich schau mal kurz dass ich nicht ganz zu leise bin naja dürfte eigentlich noch gehen ok schon muss ich es dann eben nacharbeiten also dass es so laut wird geht ich weiß nicht ob dann die Qualität zu gut ist aber bei dem ich habe Qualität sowieso nicht so toll da bin ich immer froh dass ich überhaupt steht wie schon gesagt ich bekomme den nächsten Neu ist zum guten Tag und hoffentlich mit einer anderen Qualität und wir brauchen mal noch die beiden Paufeln immer zurück brauchen keine Storn zum Wohnpilz aber vielleicht brauchen wir trotzdem jedenfalls wir noch Landabwand gehen wir gleich mal so einen kleinen Wohnunterkunft natürlich haben wir das Bett vergessen und eine Kiste hat man auch mitnehmen so ok aber immer noch mal eine Kiste das ist ja nicht mit Zwischenkiste aber Leiden hätten wir auch gebrauchen und die kann er gar nicht hoch ja in einem Weg zerstreut da müssen wir dann doch eben nochmal zurück so bauen wir jetzt erstmal unseren Pupen unsere Wohnpilz hier irgendwo hin ähm da oben auf dem Berg drauf da sieht man den schön hoffe ich so noch mehr schnell draus machen kann man hier nicht Pilze drauf platzen oder geht das allgemein in dem bio ich hab doch aber ja ich hab mal ein Style ich glaub wir gehen doch erstmal nochmal nach Hause und schauen dann mal morgen wegen dem Wohnpilz und noch ein bisschen Sand also eigentlich haben wir genügend Sand aber den Pilz würde ich trotzdem gerne platzieren weil äh müssen wir nicht immer am Ende vergessen mit dem Pilz noch aber ich werde hier ist irgendwo ein Creeper der uns gleich in die Luft sprengt schnell nach Hause ja ich sehe da vorne schon nein nicht aufhören zu rennen was ist denn das hier warum leuchtet das hier da ist Lava ah das hat uns die Öre geführt toll war hier nicht auch unser Wohnding irgendwo ich glaub wir müssen uns erstmal auf dem Baum retten ich höre hinter uns ein Creeper oder irgendwie sowas ne aber ein Skelett ok muss doch irgendwo unser Haus sein ich will jetzt nicht sterben komm schon fuck wo ist unser Haus da ist ach gut gut dass wir das hier gebaut haben da sehen wir jetzt wenigstens wo unsere Höhle ist warte mit den Treppen ist ein bisschen komisch da dieses Licht durchgeht ach geschafft ja juhu wir haben es geschafft so nehmen wir uns jetzt direkt mal warum spiele ich jetzt gerade mit der Volltexte im Moment ich gehe mal kurz Texte wechseln äh im Moment so gut so gut ach jetzt sieht Wurfi auch ganz anders aus ja mir ist nämlich auch gefallen ich hatte das letzte Mal noch das von der 1.2.5 drauf erstaunlich dass es überhaupt funktioniert hat ach so sieht jetzt Leder aus ok und als das von der 1.2.5 das ähm sah eben noch ein bisschen anders aus gut das Bett haben wir jetzt ach das sieht alles ganz anders aus jetzt was ist das das sind Fäden äh Eier ach ne Truhe muss man es noch machen so eine dürfte reichen so so ok na kommt schon das neue Schwert sieht cool aus allgemein sie hat wirklich einiges dran geändert so aber ich sollte langsam mal was essen hab ich eigentlich nur die Brote mitgenommen äh da so wir wir Vielen Dank.